Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo miteinander, jetzt stehen wir hier bei regnerischem Wetter in Untermettingen auf dem Kunststraßenplatz. Es war eine wilde Partie. Heute muss man wirklich sagen, die Zuschauer da draußen haben viele Tore gesehen. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viele. Ich bin ja froh, dass wir vorne unsere Tore gemacht haben. Ein bisschen viele Gegentore, aber nichtsdestotrotz muss man auch im VfB Wald zu den Riesenkompliment machen. Die Nau-Kämpfer ist heute alles auf den Platz gebracht und haben uns wirklich hinter drin vor grosse Probleme gestellt. Unterm Strich muss man sehr zufrieden sein mit den drei Punkten. Jetzt ist hier in Untermettingen ein Oktoberfest. Da darf die Mannschaft heute ordentlich einen trinken und die drei Punkte begiessen. Und somit wird es einen runden und schönen Abend führen. Dankeschön.